Das Leiden beginnt sich erst dann aufzulösen, wenn wir den Glauben oder die Hoffnung, uns doch irgendwo verstecken zu können, ernsthaft in Frage stellen. Dieses Zitat aus dem Buch »Wenn alles zusammenbricht« mag am Anfang dieses Audios stehen. Das Leiden beginnt sich erst dann aufzulösen, wenn wir den Glauben oder die Hoffnung, uns doch irgendwo verstecken zu können, ernsthaft in Frage stellen. Das mag radikal klingen, denn wir brauchen ja irgendeinen Umgang mit Leid. Wir müssen ja uns nicht nur dem Leid stellen oder wir können es nicht nur dem Leid stellen, sondern wir brauchen Konzepte, damit arbeiten zu können. Also nach dem Konzept zum Beispiel in der systemischen Therapie, wenn etwas nicht funktioniert oder wiederholt nicht funktioniert oder wenn die vormalige Lösung, die funktioniert hat, jetzt nicht mehr funktioniert, dann mach etwas anderes. Das würde dann nach diesem Konzept hier oder nach dieser Aussage nicht stimmen. Deswegen klingt es vielleicht radikal. Trotzdem, vielleicht auch der historische Verweis, hat die Psychoanalyse vor langer Zeit das ähnlich gesehen oder immer wieder ähnlich gesehen, aufräumend mit der Illusion. Die Frustration des Klienten bezüglich seines Begehrens, also zum Beispiel auch, dass er seinen Psychoanalytiker, seine Psychoanalytikerin liebt und letztendlich eine Liebesperson haben will, um sich eben mit seinem Leid auseinanderzusetzen. Also aufräumen mit der Illusion. Wir laufen tatsächlich als Menschen vor dem Leid weg und geben uns gerne dem, was funktioniert, hin. Moderne Psychotherapeuten nennen das Ressourcen. Wir können das auch ganz einfach Abwehr nennen, tiefenpsychologisch Abwehr. Das heißt also, wir haben eine Symptomatik und letztendlich sind alle Störungsbilder, die wir auch klinisch kennen oder psychiatrisch, klinisch, psychologisch kennen, Abwehrdynamiken oder Abwehrsymptome. Bloß nie ganz an die Sache heran. Das ist das Kernproblem. Wir trauen uns als Menschen nicht wirklich an die Sache absolut heran. Oder wir tun das dann doch sehr verquer und vielleicht problematisch. Aber es lohnt sich immer wieder, mit dem eigentlichen und der offensichtlichen Symptomatik umzugehen. Mit der eigentlichen Problematik. Das heißt, wir wollen als Menschen natürlich, was ganz natürlich ist, Schmerzen vermeiden. Seelischer Schmerz genauso wie körperlichen Schmerz und Schmerzen vermeidet oft fast um jeden Preis etwas zu vermeiden. Deswegen ist zum Beispiel der Konsum, vielleicht sogar die Abhängigkeit als Phänomen beim Tablettenkonsum heutzutage verschrieben und nicht verschrieben, so groß geworden. Tatsächlich, dass also gegen alles Mögliche sofort eine Schmerztablette genommen wird. Und das heißt, in der Medizin gibt es auch unter anderem einen wichtigen Grundsatz, der heißt, Schmerzen auf jeden Fall vermeiden, weil wir ein Schmerzgedächtnis haben, weil wir dann immer wieder mit den Schmerz konditionieren, weil er sich praktisch verselbstständigt. Das ist die Argumentation für Schmerztabletten oder eben doch schnell den Schmerz zu nehmen. Aber das ist hier nicht gemeint, dass kein Missverständnis entsteht. Und es ist nicht gemeint, dass man sich noch einen Schmerz draufsetzt und noch weitermacht mit dem Schmerz und noch weitermacht mit dem Schmerz. Und nach dem Motto geht, was mich nicht tötet und umbringt, macht mich noch härter. Das ist hier nicht gemeint. Der sichere Preis ist auf jeden Fall, dass das Leid nicht aufhört. Es läuft dir praktisch hinterher. Weil wenn ich in das Leid hineingehe, in der Art, wie ich das hier meine oder versuche zu erklären, dann passiert dir aus dem Schmerz, aus der Leidhaftigkeit etwas anderes. Letztendlich eine Erlösung. Letztendlich eine Befreiung. Letztendlich etwas ganz Neues. Aber der Weg wird durch das Leid bestimmt. Nehmen wir ein paar Beispiele, damit das klarer wird. Du säufst dir einen an bei Problemen, die du hast. Beliebige Probleme, die da sind. Das kennen wir alle. Nicht, die sagen so, das reicht mir jetzt und ich habe Stress gehabt, ich habe ein Problem gehabt, ich habe einen Konflikt gehabt, ich habe einen Ehekrach gehabt. Und Gott weiß das und dann saufe ich mir einen an. Das Problem des Saufens ist nicht das Saufen an sich. Das ist ganz gut oder das kann ganz gut sein. Aber das Problem ist, wenn es eben zum Selbstläufer wird und wenn ich das dann immer wieder tue, dann habe ich ein Problem mit dem Trinken. Anderes Beispiel. Du kaufst dir was und dann noch was und dann noch was. Und das Ganze sammelt sich an. Zufrieden bist du nicht. Nach relativ kurzer Zeit hast du das Zeug irgendwo abgelegt, hingelegt, wieder vielleicht verschenkt. Die meisten sammeln ja einfach auch an und dann staut sich das an im Laufe der Zeit. Und es wird mehr und mehr und das ist ein Problem. Aber es hat dich nicht wirklich zufrieden gemacht, das Kaufen. Es war nur eine Ersatzhandlung. Und so funktioniert unsere ganze Kommerzkultur eigentlich auch oder Kommerzindustrie-Landschaft, die wir ja diversifiziert haben bis zum geht nicht mehr, wo wir alles mögliche an Angeboten finden. Das heißt also, du bist frustriert letztendlich von deinem Arbeitsalltag zum Beispiel und dann gehst du durch die Shopping-Malls und guckst dir dies an, jenes an. Dann fliegst du sogar nach Singapur und all diese Möglichkeiten lässt dir aus China was kommen und all das. Und das ist ja der Alltag, der uns ständig und stets bestimmt. Aber macht es uns auch wirklich zufrieden? Ich möchte das mal an der Stelle fragen, auch ganz eklatant wieder mal fragen. Macht es uns wirklich zufrieden? Meine Erfahrung ist im Umgang mit Menschen, dass es sie immer unglücklicher macht, weil das natürlich nur eine Ersatzbefriedigung ist. Und weil wir gerade in einer Industriekultur oder in einer Konsumkultur nur Ersatzbedürfnisse und Ersatzbefriedigungen haben, ganz oft und ganz häufig. Ein anderes Beispiel, du drohst im Beruf zu scheitern. Du ziehst weiter und weiter, also von Job zu Job, von Beruf zu Beruf. Und zum Schluss bist du früh pensioniert oder früh berentet, weil Krankheit der letzte Ausweg ist. Das heißt, das Scheitern und das Leid, an welchem Thema auch immer, läuft dir praktisch in deinem Leben hinterher. Bis zum Schluss. Bis dein Schluss da ist, wie auch immer der aussieht. Wie lange dein Leben auch immer ist. Das heißt, oder um noch ein anderes Beispiel zu bringen, dein Leben frustriert dich. Du schaust mal hier rein und mal dort rein. Du lässt dich von Kommerzgurus verführen, von denen es auch sehr, sehr viele gibt. Mittlerweile die ganze Turnhallen füllen und all das. Oder Seminarzentren haben. Es gibt Versprechungen. Es gibt Rezepte. Es gibt endlose Ratgeber. Reisen, Reisen, den Bauch vollschlagen und all das. Und du glaubst, du kannst dich immer so weiter durchmauscheln. Aber die Wirklichkeit ist, es endet nicht. Das Leid läuft dir hinterher oder es erwischt dich immer wieder. Letztendlich auch auf dem Kreuzfahrtschiff. Ist egal wo. Du glaubtest, du konntest davon wegrennen, in entferne Länder gehen, dir es schön bequem machen, auf so einem schwimmenden Hochhaus. Zum Beispiel nur. Aber es ist nicht der Fall. Die Frage ist hier wieder, was tun? Also, was tun? Natürlich sich dem Leid stellen. Sich dem Leid stellen. Also wirklich auf das Leid zugehen. Die Umstände des Leides annehmen. Jetzt ist es gerade wieder da. Jetzt ist es aktuell. Achtung an dieser Stelle. Ganz wichtig, dass kein Missverständnis entsteht. Ich meine keine Zahnschmerzen oder vergleichbares medizinisches. Sonst könnte man sagen, oh, der hat jetzt gesagt hier, du musst den Blinddarmschmerz durchstehen und dann wird es besser. Das meine ich nicht. Stellen heißt, da hineingehen. Da hineingehen. Dich vor allen Dingen akzeptieren. Dich annehmen. Dich annehmen. Erbarmen für dich selbst empfinden. Hindurchgehens bist du mit deinem Leid. Und du bist nicht Leid, sondern du hast Leid. Aber du bist ja noch was ganz anderes als Mensch. Du bist ja vielfältiger. Du bist größer. Und das bedeutet hindurchgehen. Nicht wegtauchen. Es tatsächlich aushalten und schauen, was dann passiert. Was mit dem Leid passieren will. In was es sich aus sich selbst heraus, aus seiner Dynamik heraus verwandeln will. Verändern will. Letztendlich erschöpfen will. Letztendlich erlösen will. Letztendlich dieses tiefe Durchatmen entsteht so. Es ist vorüber. Ich habe es angeschaut. Jetzt geht es von selber. Und nicht der Spruch, lass es los. Sondern es muss von selber los werden. Also es muss selber weggehen. Und nicht noch, was ich oft erlebe, auch bei vielen Menschen, noch härter werden. Oder nicht weglaufen. Oder nicht andere Menschen für dich benutzen. Ich nehme mal auch an dieser Stelle ein Beispiel von einer Freundin. Sie hat im Verlauf ihres Lebens, ich kenne sie schon sehr lange Zeit, immer wieder Wege gesucht. Psychotherapeutische Wege. Wege in der Psychiatrie. Wege durch Ratgeber. Durch irgendwelche Esoteriker. Ist ganz egal. Also ganz unterschiedliche Paletten von Möglichkeiten. Und was mir aufgefallen ist, gerade in letzter Zeit wieder, sie sucht diese Wege, engagiert sich da sehr stark. Sie zieht sich das rein, geistig, emotional. Und immer wieder gibt sie sich die Härte weiter. Sie gibt sich die Härte, die sie vielleicht in ihrer Kindheit erfahren hat, durch die Erziehung, durch möglicherweise die falsche Erziehung. Aber vor allen Dingen, sie ist hart zu sich selbst. Und so ist sie dann auch teilweise zu anderen Menschen. Obwohl sie ein unheimlich liebevoller Mensch ist. Ja, ein sehr mitfühlender Mensch. Aber die Härte gibt sie sich immer wieder und wieder. Und jetzt auch bei der letzten Methodik, in der sie ganz stark drin ist und sich nur die Härte gibt. Und das führt natürlich zu keiner Erlösung. Das führt zu keiner Auflösung. Und das Leid ist weiter, immer weiter permanent vorhanden. Das ist also immer das gleiche Muster. Das Muster hat sich nicht wirklich verändert. Und das fällt mir bei vielen anderen Menschen auch auf. Was wir oft haben, ist eben, dass wir das Gleiche haben, aber tausendfach in bunten Mogelpackungen verpackt. Und dadurch verstärkt. Und dadurch zermürbt das dann Menschen möglicherweise richtig eines Tages, indem sie vollkommen aufgeben. Aber das Aufgeben ist ja dann vielleicht auch ganz wesentlich oder kann dann wirklich letztendlich befreiend sein. Das heißt, es geht darum, sich nicht abzulenken, nicht ablenken, nicht einen draufsetzen, nicht weglaufen, nicht bemuttern, nicht hilflos sein. Sondern es selbst, vielleicht natürlich mit Hilfe anderer Menschen, die da sind, untersuchen, von Station zu Station gehen, all das fühlen, sehen und wissen, was da zum Ausdruck kommen will. Und das ist sehr vielfältig. Das heißt, hinter jedem Leid verbirgt sich etwas sehr, sehr Vielfältiges. Wenn wir es wirklich wagen, anzuschauen, und das braucht schon Mut, aber nicht die Härte und Radikalität zu sagen, so, das muss ich jetzt machen und dann ist noch ein Arm abgeschnitten und noch ein Bein weniger oder Finger weniger dran. Das ist es nicht. Sondern es ist diese Verwandlung, die entsteht, wenn ich darauf zugehe und damit umgehe. Also, unsere Ängste, unsere Symptome sind die besten und offensichtlichen Leitlinien oder Wegweiser, wo es tatsächlich entlang geht. Das, wofür wir uns am meisten scheuen, das, wofür wir die größte Angst haben, das größte Problem ist der immer wiederkehrende Konflikt, ist da, genau da geht es entlang. Und das bedeutet der Wahrheit, in die Augen zu schauen. Und wie voll ist unsere Welt mit dem möglichen Anderen. Wir werden ja ständig abgelenkt. Also, die Ablenkbarkeit ist ja gerade in einer so materialistisch geprägten Welt und materialistisch konsummäßig bestückten Welt immer, immer mehr. Also, ich kann mich ständig ablenken. Und das ist natürlich ein vorübergehender Rushflash, der da ist und eine Erleichterung schafft, aber am nächsten Tag holt es dich wieder ein. Das ist aber eben die Welt, die nicht für dich ist. Denn du bist abgelenkt und du bist nicht eigentlich bei dir. Denn dein Leid will nur von dir angegangen werden. Wie gesagt, mit Hilfe und Unterstützung, das ist schon klar, aber letztendlich von dir. Achtung, nicht festgehalten, natürlich nicht konserviert, sondern, um es nochmal zu sagen, erlöst zu werden, indem du es ganz durchfühlst, durchschaust. Und dann verschwindet es praktisch metaphorisch gesehen im Weltall. Dann ist es weg. Dann hat es seinen Sinn gehabt. Dann ist das entstanden, weil es dich gelebt, erlebt, weil es seinen Sinn wirklich gehabt hat. Also, jedes Leid hat irgendwo einen Sinn und wir können nicht so tun. Es gibt immer wieder diesen Ausspruch, jedes Leid ist sinnlos, sinnloses Leid. Das ist etwas Abgespaltenes, wenn das so jemand erzählt oder deklariert oder lehrt in der Art. Sondern das Leid, das eine spezifische Kreatur hat, hat den Sinn für diese Kreatur. Und sie kann das Leid dadurch verändern, indem sie nicht davon wegläuft, indem sie es abschmiert, indem sie es in Beton legt, indem sie es mit Zucker versüßt oder sich Fett anfrisst oder ansäuft. Und all diese gemeinten Beispiele, sondern die Botschaft des Leides versteht. Also sich dem annähert, liebevoll, liebevoll in der Art, in dem Respekt für die eigene Person, für die eigene Kreatürlichkeit. So wie auch damit eben für alle anderen Menschen, alle anderen Kreatürlichkeiten. Und erst dann entsteht etwas anderes aus dem Leid. Und plötzlich zeigt sich das Leid in einem ganz anderen Bild des Nichtleides. Also letztendlich der Zufriedenheit, der Erlösung, des Glückes und all das. Und wenn wir das zum Abschluss sagen, das meinten alle. Alle die Menschen, die durchblickten oder durchblicken, egal ob sie Freud, Jesus, Hellinger oder Buddha hießen oder wer auch immer, an tollen Psychotherapeuten oder sonstigen Menschen, Weisen, Hexen, Frauen auf der Alm, Gott weiß was. Das sind immer wieder die gleichen Botschaften. Das zu entdecken ist für Psychotherapeuten vielleicht auch sehr interessant. Das sind die Botschaften des Nicht-Verwässerns, des Nicht-sich-durch-Mauschelns, durch-Hangelns. Weil das Leid endet sonst nicht mit all den Sachen. Das Leid wird gerade, um es nochmal zu sagen, auch in der heutigen Zeit durch diese ewigen Verwässerungen und Verzuckerungen und all das und auch durch Medikamente, um das nochmal anzusprechen, der Medikamentenkonsum und Missbrauch. Der Medikamentenmissbrauch ist wahnsinnig gestiegen in den letzten Jahren. Und das sind alles Zeichen dafür, dass man davor eigentlich nur wegläuft und es einem dann vielleicht umso stärker hinterherläuft. Um es dann als Schlussbotschaft nochmal zu sagen hier. Aber tu es in dieser Zartheit. Ich betone das, Zartheit. Das ist ein Begriff, den man so in der normalen Psychotherapie nicht hat. Das ist ja, mein Gott, das ist ja Poetik. Das ist ja Lyrik. Das gehört nicht in unsere wissenschaftliche Abhandlung. Aber ich sage es hier. Tu es in dieser Zartheit. Und nicht als Technik. Und nicht mit der gleichen Dynamik des Leides vor allen Dingen. Und das ist eine Möglichkeit, mit dem Leid umzugehen. Das ist ja, mein Gott.